So, die nächste Mission ist Viadukt Rigilino. Das tödliche Eisenbahngeschütz befindet sich auf einem Viadukt und stellt eine Bedrohung für die Einheiten der Partisanen sowie etwaige Gestaltkräfte der Alliierten dar. Die Partisanen möchten, dass du das Eisenbahngeschütz neutralisierst. Wie bleibt dir überlassen? Darüber hinaus verlangt der britische Geheimdienst, dass du Nachforschungen zu einem abgestützten Aufklärungsflugzeug durchführst, bevor den Nazis seine Aufnahmen in die Hände fallen. Ja, Schwierigkeitsgrad. Authentisch Hardcore wie immer. Sind wir für Waffe mit? Okay, ich bin zufrieden eigentlich. Hm, welche nehmen wir? Also ich werde eh fast nie mit. Ja, ich nehme die da. Ich werde eh fast nie mit. Mit der dritten Waffe feuern. Die Eisenbahn. Brücke. So vier. Sie haben mich schnell an der Burg gefunden. War das ein Test? Ob ich Ihrer Sache verpflichtet bin? Unsere Leute sollten hingerichtet werden. In der Vergangenheit war nicht immer Verlass auf die Alliierten. Ist es das, was Sie wollen? Sie testen. Probieren Sie es. Ein Eisenbahngeschütz steht am Viadukt. Es hat viele unserer Leute getötet. Und wenn die Alliierten kommen, wird es auch viele Ihrer Leute töten. Warum haben Sie es nicht selbst außer Gefecht gesetzt? Betrachten Sie es als Herausforderung. Ah, der Scharfschütze. Mein Name ist Lucio. Ja, Lucio. Aus der alten Burgruine. Der Engel hat euch rechtzeitig gerettet. Ja, äh, das hat sie. Sie ist ein barmherziger Engel, ne? Naja, eher ein Racheengel, wenn ich mir die Anzahl der getöteten Faschisten so ansehe. Mag sein, aber sie tötet nur böse Männer, ne? Und, äh, was ist mit ihnen? Töten sie auch nur die Bösen? Aber ja doch. Mit Weber reden? Karl. Karl, das tötet Menschen. So ist es. Passen Sie auf. Ich habe einen Informanten namens Dorfmann. Weit oben in der Nazi-Hierarchie. Kann man ihm trauen? Nun, bisher war er stets eine verlässliche Quelle. Angeblich gibt es ein größeres Munitionsdepot in der Nähe des Viadukts. Und sie wollen, dass ich es zerstöre. Da fragen sie noch? Funkgerät. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Verständen, Rotfuchs. Amerikanischer Aufklärer über der Gellino abgestürzt. Konstruktion streng geheim. Unbedingt Piloten samt Luftaufnahmen finden. Außerdem Flugzeugwrack zerstören. Ende. Hab verstanden. Ende. Ja, ist ja bloß alles wieder allein auf die Flucht gestellt. Verstehst? Hört mal. Okay, wir müssen quasi da nach hinten. Ich muss irgendwie an dieses Eisenbahngeschütz rankommen. Los, wie? Da bewegt sich gar nichts. Da bewegt sich gar nichts. Wo ist der jetzt hingelaufen? Wo ist der jetzt hingelaufen? Wo ist der jetzt hingelaufen? Okay. Koffendurchsuchen? schätze ich habe alles eingesammelt das waren die das waren die wurden der nussknacker trophäe erhalten heute sind sie aber dabei die killcamps heute sind die killcamps aber echt wahnsinn die haben wir alle oder auch nicht dass sie wird sehr nützlich sein sondern mal einer irgendwo aber hinten ist eine hier liegt was zu sammeln Ein Aufruf zu den Waffen. Aber wird er auch befolgt? Gehen wir leise rein. Yes, niemand da. Ne, hier ist niemand da. Und gleich nochmal einen hinterher. Gehen wir uns das, Ballad. Was macht's? Los, auskontrolle. Sonst ist nichts mehr zu finden. Alter, wo ist er? Ja, der ist. Alter, der ist. Alter, der ist. Alter, der ist. So. Den haben wir auch. Schätze, ich habe alles eingesammelt. Offizier hat wieder Briefe. Jetzt sehe ich irgendwo einen Sniper. Der Leichnam des abgestürzten Piloten muss an die Filmdose ran. Verdammt. Verdammt. Und dann nochmal Munition. Und dann nochmal Munition. Der Triffner, perfekt. Der Lohne. Verdammt. Das ist eine Ölfässer. Du bist Startkollege. Shit, ich habe kein Ding mehr gehabt. Shit, ich habe kein Ding mehr gehabt. Das ist eine Ölfässer. Das war's für heute. Okay, wir sind hier erstmal geschützt, wenn wir hier reingehen. Ich hoffe, da gibt's ein bisschen was zum Sammeln. Alter. Von wo kommt der denn jetzt her? Ich bin hier. Da oben ist keiner. Da oben ist keiner. Aber gut, so kommen wir theoretisch vor, bloß die Frage ist jetzt da ein, da hinten war glaube ich noch ein Sniper. So ist, ist da noch einer. Scheine so aus. Ich brauche heute unbedingt irgendwie Wurst zum Verbinden. Was? Was ist das? Oh! Oh! Schon ist! Oh, war das knapp. Gib mir irgendwas, irgendwas Wichtiges bitte. Natürlich nix. Oh man, ja gut, ich muss hier einen Kopf unten halten. Ich brauche einen Verbandskasten, Leute. Ah, da oben ist auch noch einer. Also wenn ich da jetzt aussiege, dann bin ich so gut wie hier. Ne? Ne? Ich kann da auch Granaten abgeschmeißen. Aber der ist ja wohl nämlich weg, ne? Weißt du ja. Ich kann da weglaufen. Aber du kannst dich nicht weglaufen. Ich kann da weglaufen. Aber du kannst dich nicht weglaufen. Ich habe ja gesehen, dass da hinten gerade auch noch einmal abgelaufen ist. Das ist ja ein Fahrzeug da oben, ne? Da sind wieder Sniper. Kann ich da rein? Ah, da kann ich rein. Gib mir halt irgendeinen Verband oder so, bitte. Da läuft jemand. Okay, wir sind zumindest wieder ein bisschen heile. Der Informant hatte recht. Das muss das Hauptmunitionslager sein. Ich kümmt Zeit zu verschwinden. Gute Arbeit, wenn ich so sagen darf. Munitionslager zerstört. Nichts. Ich bin sicher. Du kannst dich weglaufen. Ich bin sicher. Ich bin locker. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Wo ist denn dein Kollege? Gönn halt irgendeinen Verband oder so. Der ist da an. Gönn halt irgendeinen Verbandskasten. Ja, danke. Das hier wird sehr nützlich sein. Ich habe die Hoden weggeschossen. So. So. Normal müsste doch das auch gehen, oder? Ja. Ja, der ist down. Passt. Ich habe die Hände, die Termin, die ich nicht so gesehen habe. Ja, da sind wir alles, was wir brauchen. Wie ist das? Ja, das haben wir nicht so gesehen. Also, das geht uns so. Das ist sicherlich. Das ist sicherlich. Wie ist das? Naja Schutzhelm ne So der ist A down So in dem Haus können wir vielleicht was sammeln oder ein paar Hebel umlegen oder auch nicht Wir müssen doch irgendwie irgendwo was da am Zug ne so wie ich das verstanden hab Hauptsache genau vorm Nachlohn Deswegen sollten wir immer nachlohnen Zeit zu verschwinden Hier ist jetzt der Timer Jetzt kann ich mal sehen Endlich Das ist immer noch so lange dauern Das ist immer noch In dem Abgrund So hat sie le erreicht Das ist immer noch nicht So 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 So